Der Sound vom Highway sagt, unser Bus hat Trouble mit der Bullerei, er seien wir übergelassen. Okay, jetzt laufst du schon. Ah, weg zu. Wir sind hier im Gaskessel, wenn du ein wenig weiter reinwärtsstuhlst, ist noch das Bundeshaus gesehen. Aber das sieht man natürlich, wir sind in Bern. Wieder mal in Bern und irgendwie... Ist das doch gut gewesen? Ja. So eine scheisse Gitarre-Sound, also Klammer auf, Murschel, niemand. Ich bin froh, ob ich morgen im Konzert einen anderen nehmen musste, weil es einfach nicht passt. Aber es war geil zu spielen. Geile Bühne, super Leute. Wie habt ihr euch selber auf der Bühne empfunden? Ja, komisch. Es waren ein wenig weit auseinander. Wir sind eher gewarnt, dass wir enger zusammen sind. Also wenn wir heute mal die Ohren verstellen konnten, hätten wir sie zusammengestellt. Und dann sind wir ein wenig weit auseinander gewesen. Wir sind auch gerne ein wenig enger aufeinander. Wie habt ihr das Publikum von heute am Abend für euch erlebt? Ja, erstaunlich. Die haben halt... Ich glaube, wir hätten noch länger spielen können. Die haben mitgemacht und... Ich weiss jetzt gar nicht, wie viele das gestimmt haben. Ob es reicht, wissen wir nicht. Also zwei habe ich rechts oben gesehen. Zwei habe ich gestimmt. Ja, das habe ich auch gesehen. Du hast sicher auch geschwommen. Ja. Was ist für euch das Fazit Emergenza, Abenteuer Emergenza heute? Es könnte sein, dass es weiter reicht, ich weiss es. Und dann ein neues Repertoire oder mit dem weiterfahren? Genau. Ja. Ja. Was? Keine Ahnung. Nein, aber das ist auch nicht gerade das Gleiche. Ja. Das sehen wir dann auch. Aber jetzt haben wir auch von morgen in der Kirche. Aufgebracht werden. Das kommt ja nicht live. Was habt ihr denn zu den anderen Bands, die ihr bis heute gehört habt, sagt ihr zu denen? Wir haben Soundchecker-Bands gehört. Das sind auch die Spiele. Die sind sehr gut. Das sind ja die meisten Tickets verkauft. Und die werden mal sicher weiter sein. Die sind gut. Das ist eine gelle Band. Die vordran habe ich von unten gehört. Und von unten klingt es irgendwie so ein bisschen dumm. Ich kann es nicht sagen. Und die anderen kennen wir nicht. Das schauen wir jetzt. Jetzt gehen wir mal schauen.